also freunde wir gehen jetzt wäsche abholen da brauche ich bestimmt zwei stunden für mit hin und zurück fahren lieben wir nach der wäsche muss ich in der apotheke weil meine medizin die ich mir am dienstag geholt habe schon leer lieben wir und wäsche apotheke dann gehe ich nach hause duschen und dann geht es nachher auf eine geile aussichtsplattform und auf eine party meile ich habe dir gerade erzählt habe dass ich seit zweieinhalb ich meine sogar drei tagen am dünnpfiffen bin so hat die geguckt ich so ja i have diarrhea since two days already i was already at pharmacy so yes also anscheinend nicht ganz so normal das länger als drei tage zu haben sie hat mir jetzt was neues gegeben mal gucken ob das dann morgen endlich weg ist so eine scheiße so eine scheiße ich habe einfach drei stunden gebraucht wegen dem verkehr und weil bangkok so fucking riesig ist um meine wäsche zu holen und wieder zurück zu kommen drei stunden bruder bangkok ist fucking riesig drei stunden um meine wäsche zu holen was geht digga okay freunde wir sind jetzt völlig durch geschwitzt beim ich glaube größten der größten hochhaus in bangkok angekommen und darum gibt es so eine aussichtsplattform und so ein skywalk heißt das mit so einem glasboden bei meiner höhen angst werde ich mir so die hosen einscheißen aber mal gucken freue mich auf die aussicht ich weiß nicht wie ich hier das hochhaus auf bild bekommen soll ich glaube ich balle einfach so ein bild aus dem internet hier kurz rein und dann wisst ihr auch wie das ding aussieht und dann sehen wir uns oben wieder bis jetzt Bis zum nächsten Mal. 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 Da gab es auch ein paar Engländer, habe ich gesehen, die saßen dann dann auch so in der Bar und hatten alle so einen fetten Luftballon mit einem Bierchen, wo ich mir dachte, broja, was geht denn ab hier, ja? Hätte ich nicht gemacht. Und dieses Krokodil-Fleisch würde ich auch nicht probieren. Armes Schnappi. Ja, da war ich nicht wirklich feiern. Ich war bis jetzt noch kein nächstes Mal feiern. Ich bin schon seit über einer Woche hier. Auch ein bisschen crazy. Aber ja, jetzt geht's schlafen. Und ich habe keine Ahnung, was ich morgen mache. Ja, moin. Moin.